Hi und herzlich willkommen in meinem Folientunnel und zum neuen Video von Felix Hobbygarten. Wir gehen einmal rein, denn dort ist es momentan noch deutlich wärmer. Ja, heute soll es speziell um zwei Themen gehen. Ich werde euch einmal die Jungpflanzenanzucht in meinem Folientunnel momentan zeigen. Dort habe ich bereits einige Tests gemacht. Seit vier Wochen sind hier meine Jungpflanzen drin und da möchte ich euch einfach schon mal ein wenig von erzählen. Ich glaube, das letzte Mal, als ihr den Folientunnel gesehen habt, war der Folientunnel noch leer. Ich glaube, wir haben noch nicht mal den Kiesweg und die Steine hier drin. Das zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch mal genauer. Aber ich möchte euch auch genau zeigen, was hier alles momentan schon drin ist an Material, an Jungpflanzen, was in der nächsten Zeit noch kommt. Und wir werden gleich einmal rausgehen in den Garten und werden dort eine Bodenprobe machen. Und mit der Bodenprobe können wir dann mit einem kleinen Testset, was ich noch von vor zwei Jahren über hatte, können wir sehen, wie der Nährstoffgehalt und der pH-Wert des Bodens ist. Ja, schauen wir als erstes mal in diese Ecke. Und hier haben wir schon ein bisschen vorbereitet, denn wir wollen hier morgen die Tomaten pikieren. Die Tomaten kommen dann als einziges noch wieder mit zu mir nach Hause unter das Kunstlicht. Paprikas und Chilis, die werde ich hier dann schon in den Folientunnel setzen. Wir haben hier tagsüber Temperaturen von 20 bis 40 Grad. Ja, das hört sich sehr viel an und wir beheizen den tatsächlich nicht. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wir den sehr gut ausgerichtet haben. Denn bereits morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, erheizte sich der Folientunnel allein durch die Sonnenstrahlen schon auf 20 bis 25 Grad. Neulich hatten wir draußen nachts an den Gefrierpunkt. Morgens um 9 Uhr war ich in dem Garten. Die ersten Sonnenstrahlen waren da und der Folientunnel war schon bei 22 bis 23 Grad. Und das hält sich dann auch so bei niedrigen Temperaturen draußen, hier drin dann im Folientunnel bei den 22 Grad. Ja, die Tomaten werden wir dann mit nach Hause nehmen. Paprikas und Chilis kommen dann hier hin. Falls es draußen nochmal frieren sollte, heißt minus 1, minus 2 Grad, werde ich die Pflanzen natürlich unter Schutzmaßnahmen stellen. Was das genau heißt, die Pflanzen stelle ich hier in der Mitte vom Folientunnel. Außen, da kommt der Frost viel schneller hin. Die Tiefsttemperaturen liegen ja in der Nacht meist immer am tiefsten um 5 Uhr. Wenn die Sonnenstrahlen dann allerdings hier schon um 7 Uhr draufstrahlen und es sehr schnell warm wird, haben die Pflanzen nur eine sehr kurze Frostzeit. Wenn ich die Pflanzen dann auch noch in der Mitte vom Folientunnel stehen habe, dann ist es so, dass die Kälte fast gar nicht bis zur Mitte durchkommt, weil es dann schneller wieder warm wird, als dass die Kälte bei den Pflanzen angekommen ist. Ja, also Tipp von mir, die Pflanzen so weit wie möglich von außen vom Folientunnel wegstellen und vielleicht auch mal auf den Weg stellen, aber möglichst weit weg von den Wänden, dann in der Mitte sind eure Pflanzen am längsten geschützt. Ich habe hier ja auch mein Gartenvlies liegen, das zeige ich euch gleich. Das kommt bei kälteren Temperaturen nochmal über die empfindlichen Sachen. Gemüse, Zwiebeln, Salate, da ist minus 4 Grad, selbst kein Problem, aber bei Paprikas, Chilis, da wird alles unter 2 Grad schon ein großes Problem und da werden wir dann zusätzlich nochmal mit Vlies abdecken. Ja, hier in der Ecke für morgen vorbereitet 9er Töpfe, da werden wir morgen die Tomaten reinpikieren. Ja, das hier sind 12er, das sind 15er, da hinten haben wir noch runde Töpfe. Dann habe ich in diesem Jahr auch das erste Mal hier diese Multitopfplatten, das ist jetzt eine 24er Platte. Ich habe hier aber auch 60er bzw. 54er Platten, die größten Platten da, die haben einen Durchmesser von 9, bei den kleineren bin ich mir da gar nicht so sicher, es gibt aber auch noch 104er Multitopfplatten. Das reicht vielleicht für Salate, aber auf jeden Fall für Gemüse, Zwiebeln, da gehen wir jetzt gleich mal rüber. Und da werden wir unter anderem dann Melonen, Kürbis, Gurken und Zucchini drin vorziehen. Das braucht da ungefähr nur 3-4 Wochen drinstehen, deswegen ist das auf jeden Fall ausreichend. Da werde ich euch dann aber auch mal mitnehmen. Was haben wir hier? Schauen wir uns das Ganze schon mal ein bisschen genauer an. Ich habe es euch ja schon ein bisschen verraten, dort stehen Wassermelonen, dort stehen mexikanische Minigurken, die sind allerdings noch nicht gekeimt. Dann habe ich hier zwei Platten voll Hirse, kann mal eine ruhig hochholen vor die Kamera. So sieht die Hirse momentan aus, da kommen bereits die ersten raus. Wir haben ungefähr immer 3-4-5 Körner pro Topf in die Erde getan. Hier beim Mais, da muss ich ein bisschen aufpassen, die Platte, die ist nicht so ganz stabil wie die anderen. Der Zuckermeister kommt auch. Wo ich wirklich sehr stolz drauf bin, das sind meine Gemüsezwiebeln. Ich bin dieses Jahr zwar sehr spät dran, aber auch in diesem Jahr beim Pikieren alles richtig gemacht, rechtzeitig pikiert. Die stehen super. Viele fragen mich immer, warum die Zwiebeln schlapp werden. Das kann mehrere Gründe haben. Zwiebeln mögen es auf jeden Fall gerne sehr kühl und windig. Deswegen mache ich ab und zu auch meine Windbewegungen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mit der Hand durch die Zwiebeln durch. Aber die würden bei mir auch schon Mitte März in den Folientunnel kommen, weil da schaden kalte Temperaturen überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Das mögen die Zwiebeln und dann werden die dick und stabil. Also sehr früh pikieren die Zwiebeln und dann auch früh in den Folientunnel oder ins Gewächshaus. Ja, heute ist es etwas bewölkter. Da haben wir leider nur eine Temperatur von 17 Grad im Folientunnel. Ja, allerdings immer noch besser als draußen. Dort haben wir nämlich nur eine Temperatur von 6 Grad. Irgendwie will der Frühling bei uns zumindest dieses Jahr einfach nicht in Quark kommen. Wie ist es bei euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber hier, ja, das mit dem Frühling kann auch dauern. Die Salate, finde ich, sehen aber auch sehr, sehr gut aus. Die stehen auch von Anfang an draußen im Folientunnel und wachsen bei dem Klima hier im Folientunnel wirklich super. Das hier, das sind meine Testopfer und die stehen bereits auch seit zwei Wochen im Folientunnel. Wir hatten jetzt am Wochenende mal Nächte um 0 oder minus 1 Grad. Das hat den Pflanzen gar nichts gemacht. Heute habe ich die jetzt noch mal in größere Töpfe gepflanzt. Das hier ist zum Beispiel ein Elfertopf. Und die Chili, die stand hier in einem kleinen, runden Topf. Die ist jetzt noch mal in einen großen, runden Topf gekommen. Ja, das hier bleiben weiterhin meine Testopfer. Da werde ich einfach mal schauen, bis zu welchem Wetter machen die Pflanzen das mit. Auch wenn die dann jetzt vielleicht in der kommenden Nacht, soll es minus 2 Grad werden, vielleicht die Blätter hängen lassen, war es auf jeden Fall ein Versuchswert. Denn wir haben hier ein großes Problem. Wir haben dieses Jahr bereits am 2. Mai 2021 unseren Jungpflanzenverkauf. In welcher Form auch immer, das wissen wir noch nicht. Aber alle Infos zu dem Jungpflanzenverkauf, die ich bisher weiß, die habe ich auch schon in meiner Podcast-Folge auf Spotify. Hashtag 3 Jungpflanzenverkauf von Gartentipps im April. So heißt die Folge erzählt. Dort einfach mal reinschauen, wenn euch das Thema Jungpflanzenverkauf näher interessiert. Es gibt verschiedene Wege. Wir werden das auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Wie, das ist allerdings noch die Frage. Darum soll es jetzt aber auch nicht gehen. Die Jungpflanzen, die müssen jetzt nach und nach von mir zu Hause weg. Ihr kennt das ja, da sind so viele Jungpflanzen. Ich habe kaum noch Platz. Und deswegen wäre es für mich persönlich ganz gut, wenn die Paprika hier in den Folientunnel können. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Schutzmaßnahmen, falls es kalt wird. Die Pflanzen stehen momentan, weil ich den Platz auch noch zur Verfügung habe, sehr weit in der Mitte, direkt am Weg. Die Temperatur hier innen an der Folie ist ungefähr nämlich so wie draußen. Aber erstaunlicherweise ist hier in der Mitte vom Folientunnel die Temperatur um 3 bis 4 Grad wärmer. Und auch der Frost, der braucht dann immer eine ganze Zeit, bis der bei den Pflanzen angekommen ist. Und erstaunlicherweise ist es auch tagsüber hier im Folientunnel richtig warm. Für viele mag es wahrscheinlich klar sein, aber für mich ist es die erste Saison im Folientunnel. Für viele mag es wahrscheinlich klar sein, aber für uns ist es die erste Saison im Folientunnel. Wir haben den im September oder Oktober aufgebaut. Da hatten wir zwar auch warme Temperaturen drin, aber ungefähr immer so wie draußen. Und jetzt staunen wir doch, was ein Folientunnel ausmacht. Aber ich glaube im Sommer, da können wir die Türen auch durchgehend offen stehen lassen, denn wir hatten vor einiger Zeit, vor einer Woche glaube ich. Ich denke, die Wärmeperiode war auch überall bei euch mal kurz. Da hatten wir tagsüber schon 20 Grad und im Folientunnel mussten wir dann die Türen offen stehen lassen, weil hier sehr schnell 43 Grad drin waren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber entweder ist es angenehm, man geht in den Folientunnel rein, weil der Garten noch zu kalt ist, oder man geht aus dem Folientunnel raus, weil der Folientunnel schon wieder zu warm ist und es im Garten angenehm ist. Aber dieser gute Wechsel, den können wir uns jetzt mit einem Folientunnel erlauben und deswegen stehen die Pflanzen jetzt erstmal hier. Ich bin heute schon eine ganze Zeit im Garten und ich war heute schon fleißig am Kohl pikieren. Insgesamt drei solcher Platten. Was haben wir nicht alle? Weißkohl, Kohlrabi, Riesenkohlrabi, Blumenkohl, Blumenkohl, Multihead, also diese mehreren Köpfe an einer Pflanze, Brokkoli und Chinakohl. Da gibt es wahrscheinlich noch einige Kohlarten mehr, die ich gerade hier ausgesät und pikiert habe, aber das sind einige davon. Einige davon, ja, wenn ihr mal hier drauf schauen wollt, hier stehen noch alle unsere vorgezogenen Kohlpflanzen und Salate, die wir für den Jungpflanzenverkauf pikieren. Dann können wir das hier auch einmal in der Schnelle durchgehen. Die vier Kisten hier, das sind Erdnüsse. Insgesamt habe ich 84 Neunertöpfe mit Erdnüsse besät. Dann haben wir zweimal Wassermelonen, einmal Zuckermelone. Dann haben wir hier verschiedene Kräutertöpfe. Ich weiß jetzt nicht genau, welche welche sind, doch da sehe ich Schnittlauch und Schnittknoblauch. Dort haben wir Basilikum, Oregano, da haben wir Thymian, da haben wir Petersilie und dann haben wir hier Rosmarin. Weiter geht es hier, da haben wir noch zwei Anzuchtschalen, gerade von Kohlrabi, den haben wir nochmal nachgesät. Die ganzen Schalen hier, das ist dann Hirse, das ist Zuckermais und das sind nochmal hier Erdnüsse. Erdnüsse, da habe ich in diesem Jahr ein bisschen übertrieben. Insgesamt ein Kilo Erdnusssaat habe ich bestellt. Das ist auch keine spezielle Erdnusssaat. Ich habe einfach naturbelassene, also ungeröstete, nicht blanchierte und ungesalzene Erdnüsse bestellt. Ob die keimen, weiß ich gar nicht so genau. Ich mache jetzt gerade zur Zeit eine Keimprobe in meinem Keller, da wo ich die Anzucht habe, auf der Heizung, mit ein bisschen feuchtes Wattepad und so weiter. Ihr kennt das mit der Keimprobe und da bin ich mal gespannt, ob die Erdnüsse, die 84 Stück, die ich ausgesät habe, auch alle kommen. Ja, was haben wir hier? Für den Jungpflanzenverkauf werden wir wieder mega viel vorziehen. Wir haben hier einen ganzen Bundel Kürbisse, einen ganzen Bundel Zucchini, dann haben wir hier noch Zucker- und Popcornmeister, darunter sind Gurken, Kohl, Brokkoli, Mangold, all das werden wir für den Jungpflanzenverkauf vorziehen. Wir haben auch viele Sachen, die im April schon in die Erde können, ins Freiland. Da werdet ihr dann aber auch bald mehr zu sehen. Na Felix, was ist das denn hier für eine Müllecke? Ja, das sieht wirklich so ein bisschen aus wie eine Müllecke, aber das ist unser Vorrat an Anzugtöpfen, beziehungsweise Pikiertöpfen, das sind sehr, sehr viele. Das sind insgesamt 700 Stück oder vielleicht sind es sogar 800. Ich habe vor kurzem von einem befreundeten Landschaftsgärtner, der auch Zuschauer von mir ist, einige bekommen. Die haben auf der Arbeit gepflanzt und dann waren natürlich einige für mich über. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und hier, das sind dann so bestimmte Luftpolsterfolien und da unten, da haben wir auch noch ein schönes weißes Gartenvlies drin. Das werden wir, wie gesagt, bei niedrigen Temperaturen über die empfindlichsten Pflanzen drüberlegen, damit wir dort nochmal einen kleinen Frostschutz haben. Ja, was da drin ist, das schauen wir uns gleich an. Ich habe mir jetzt mal einen Eimer geholt und eine kleine Schaufel. Da gehen wir jetzt mal aus dem Folientunnel raus und holen uns ein bisschen Erde. So, da sind wir im Garten. Da haben wir schon die ersten 14 Reihen Kartoffeln. Ups. Da haben wir schon die ersten 14 Reihen Kartoffeln gelegt. Die haben wir immer direkt mit angehäufelt, bis sie dann raus sind. Das ist so ungefähr Mitte, Ende April. Auch hier haben wir schon die ersten Aussaaten gemacht. Mangold, Radieschen. Ja, da vorne auch nochmal mein Hochbeet. Vor kurzem habe ich das neu befüllt und bepflanzt. Schaut mal hier oben nach meinem Video, dann könnt ihr dort weiterschauen und noch ein bisschen was zum Thema Hochbeeter fahren. Jetzt holen wir uns mal hier so eine Bodenprobe weg. Ich werde einfach mal einen Spaten tief wegmachen und dann die Erde nehmen, weil da stehen ja auch ungefähr die Wurzeln dann drin beziehungsweise die Wurzeln werden darin wachsen, die Pflanzen. Nehme ich mir ein bisschen Erde mit und dann schauen wir mal, was das Ergebnis sagt. Man kann den QR-Code hier einscannen. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Ich werde das mal einfach machen. Kommt man zu der Internetseite von diesem Hersteller, weil ich weiß wirklich nicht, wie das Ganze hier ablaufen soll. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel Flüssigkeit da jetzt nämlich drauf muss. Ich kann das vielleicht ableiten, wie viel hier noch drin ist. Deutsch. Tragen Sie Ihre Messergebnisse ein. Ich benötige Hilfe bei der Durchführung der Analyse. So. Das machen wir jetzt mal genauso, wie das auf dieser Seite steht. Schritt 1. Nehmen Sie eine ausreichende Bodenprobe. Das haben wir das gemacht. Messen Sie die Fruchtbarkeit Ihres Gartenbodens. Nehmen Sie das Testzeit aus der Packung. Öffnen Sie den weißen Behälter und nehmen Sie den silberfarbenen Beutel, den Filterbeutel mit dem Teststreifen aus dem Behälter. Haben wir gemacht. Öffnen Sie die silberfarbenen Beutel und schieben Sie den Teststreifen, zwei Farbzonen in den Filterbeutel. Beginnend mit den Farbzonen. Ach, da soll man das abmachen. Noch mal öffnen Sie den silberfarbenen Beutel an. Und schieben Sie den Teststreifen. Will noch nicht. Müssen wir mal gucken. Schon ein bisschen veraltet, das Set hier. Beginnend mit den Farbzonen. Da sollen zwei Stück drin sein. Hier ist leider nur eine. Der eine ist jetzt ernsthaft kleben geblieben. Was mache ich denn jetzt, Leute? Da beschwere ich mich. So, haben wir jetzt wieder gemacht. Haben wir. Achten Sie darauf, dass die beiden Filterbeutel später noch unterscheiden können. Ja, der eine hat drei, der eine hat zwei. Ich glaube, das kann ich mir noch mehr. Füllen Sie den enthaltenen Flüssigkeitsbehälter. Füllen Sie 80 Milliliter KCL-Messlösung. Wie viel sind denn das? 80 Milliliter, das sind das genau. Oh, da ist noch eine Folie drauf. Also denkt jetzt nicht, ihr seht hier einen Profi, der das schon oft in seinem Leben gemacht hat. Also ich mache das hier, wie gesagt, auch das erste Mal. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt soll ich bis 80 Milliliter damit auffüllen. Mit dieser Lösung. Sieht kurios aus, oder? So, da sind wir jetzt bei 80 Milliliter. Fügen Sie jetzt so viel Erde aus der Bodenprobe hinzu, bis der Füllstand im Behälter 120 Milliliter zeigt. So, das müssen 120 Milliliter sein. Nächster Schritt. Schrauben Sie den Deckel wieder auf. Und schütteln Sie ihn 30 Sekunden lang. Das machen wir jetzt. 30 Sekunden. Ich gucke genau auf die Kamera. 40 Sekunden läuft jetzt meine Aufnahme. 30 Sekunden lang schütteln. Das erspare ich euch, aber ich mache natürlich noch weiter. So, fertig. Nächster Schritt. Tauchen Sie jetzt die Filterbeutel in den Flüssigkeitsbehälter. Tauchen Sie jetzt die zwei Filterbeutel getrennt voneinander in den Flüssigkeitsbehälter. Machen wir den einen da rein. Den einen da. Merken Sie sich, welcher Beutel sich auf welcher Seite befindet. Okay. Nehmen Sie nach etwa zwei Sekunden, 30 Sekunden, Entschuldigung, nicht zwei, 30 Sekunden den Filterbeutel mit den zwei Teststreifen mit den zwei Farbzonen Nährstoffversorgung heraus. Jetzt hätte ich mir wirklich merken müssen, welcher welcher ist. Mist, Leute, jetzt sehe ich das nicht mehr. Der drei, der drei, da bin ich mir sicher. Öffnen Sie den Filterbeutel und vergleichen Sie den dort entstandenen Farbe sofort mit der ersten Farbvergleichsskala, die Sie unter dem Button im nächsten Schritt finden. Im nächsten Schritt. Okay, ich bin mir unsicher. Also, wir müssen den Teststreifen mit den zwei Farbzonen, der ist für die Nährstoffversorgung, den müssen wir jetzt rausholen. Nächster Schritt. Jetzt kommen wir zum Nährstoffwert. Und das müsste wie folgt aussehen. Entweder ist es ganz braun. Ich halte euch das mal in die Kamera. Das könnten die möglichen Ergebnisse sein. Ich gehe mal davon aus, je dunkler das Lila, desto besser ist die Nährstoffversorgung im Boden. Und das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, aber der untere ist einfach abgefallen. Der untere Teststreifen. Ich probiere das jetzt mal irgendwie an diesen Teststreifen zu kommen. Aber er hat sich einfach gar nicht verfärbt. Das ist schade. So sollen die gleich aussehen, die Teststreifen. Ich hoffe natürlich, dass die ziemlich mittig liegen, denn so kann ich den pH-Wert abmessen. Ich gehe mal davon aus, dass es 3, 3,5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7 und 7,5 ist. Daran werde ich jetzt gleich meine Ergebnisse ableiten. Ich habe leider von dem Testset die Bedienungsanleitung mit dem Zugangscode nicht. Deswegen kann ich die Ergebnisse nicht berechnen lassen. Aber ich kann mir anhand dieser Muster dann gleich wohl denken, wie der pH-Wert hier sein wird. Bin jetzt mal gespannt. Wir haben unten ein Rot. Das gibt es erst ab D. Also ab einem pH-Wert gehe ich mal von aus von 4,5. Da drüber gibt es so ein helles Braun. Das passt aber total nicht zusammen. Denn eigentlich sehen diese Muster so aus. Schaut euch das mal an und dann schaut euch mal unseres an. Vom Gelb würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein D oder ein E. Obwohl das E ein deutlich helleres Gelb hat als das D. Dann in der Mitte haben wir eigentlich ein total helles Braun, was eigentlich auf A schließen lässt. Obwohl dieses Braun ja nicht ins Orange geht. Also gehe ich mal von... Ja, das Ergebnis weiß ich jetzt leider letztendlich an diesem Test gar nicht. Aber ich wollte es auf jeden Fall einfach nochmal durchführen und euch demonstrieren, wie so ein Test ablaufen kann. Ich hoffe, ihr habt dann mehr Glück und euer Boden ist auch besser. Bei mir kommen wir zu keinem klaren Ergebnis. Ich tendiere zu einem pH-Wert zwischen 4 und 6. Das sollte dann ja sehr optimal sein. Ich denke mal, dass es sich irgendwie bei 4,5 einpendeln wird, wenn ich da mal eine Bodenprobe machen würde. Vielleicht. Ich frage mal im Gartencenter nach, was das kostet. Ob das was kostet, eine Bodenprobe dort zu machen. Und dann schaue ich vielleicht nochmal, dass ich ein präziseres Ergebnis bekomme. Nährstoffversorgung im Garten bei mir sehr gering. pH-Wert eher im Mittelfeld, aber eher zu niedrig. Ja, ich bin mal ganz gespannt. Letztendlich dieses Set kann man sich für den kleinen Spaß mal holen. Ob es wirklich aussagekräftig ist, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich da eher einen Labortest machen lassen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand hier, was gerade bei den Jungpflanzen so abgeht. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Lasst mir gerne mal ein kleines Feedback da. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Habe ich bei der Gartenmoni gesehen. Ist sehr im Trend. Also schenkt mir einen Daumen nach oben. Kommentiert mir gerne euer Feedback. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst. Und ciao. Abonnieren nicht mehr so gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und下 whack. Tschüss. 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 Vom. Auch. divorce. Das ist für mich für mich.